jo leute willkommen bei battlefield hardline ja die beta hab's vergessen gehabt mit maikos und das spiel ist erst gestern auf dem mic gestern erschienen oder die beta ja ich hab glaube ich die Alfa also lieb er ist das die erste Ausgabe auf der Gamescom letztes Jahr gespielt und ich habe jetzt gerade in einem Polizeiwagen wie geil ist das denn bitte er kann die Musik Musik ist aus ich hab extra keine Musik reingemacht wegen der Copyright und so ja so ein Mist halt Alter wie geil ist das Auto bitte weil ich kommt zu dir oh ja brauchst du nicht das Auto ist gleich weg nein nein das hört schon ein bisschen los du kennst meinen Fahrstil wow ich krieg sogar Geld fürs schlechte Autofahren naja nix für alles Geld töten, sterben oh da sind sie, da sind sie, da sind sie ob es wie eine und nicht einfach rein rennen einfach ich hab gedacht das geht auch wenn ich steinig tötet aber es ist ein bisschen schnell er ist sie ja ich hab gemerkt das ist ziemlich zügig ja das ist ziemlich schnell also das kommt heute noch raus nein morgen um 15 Uhr heute nicht mehr aber oh man ich bin schon wieder tot weil ich ja an den Hintern wieder gemacht habe dass es ja nicht ging ja weil er hat ja auch kein P4 kam weil ich ja jetzt Tag dafür kommt aber das morgen weil der Spinner Chef einfach am PC sitzt dann geht das nämlich ja weil das ein Lappen ist und kann man auch mal ich auch oh oh Alter wie behindert bin ich denn eigentlich in den Mund und die Lautstärke ich immer noch viel zu hoch ja das ist glaube ich schon mal meinen ersten Eindruck weil es ja schon mein tausend Runde oder so hast du keine Runde ich weiß wie ganz alt das Ding glaube ich dir so jetzt worum ich bin ich schon wieder ins Tor jetzt bin ich ich mich das spiel ohne scheiß Leute das spiel auf der vier Minuten ich hab schon viermal verreckt ich auch nicht so jetzt machen wir langsam er muss nicht ins Vorsicht sein da muss doch mehr der sieben spieler B4 aussteigen hat er wieder tot hat er etwas hat er erhältlich und natürlich ich weiß nicht mehr was ich geben was ich gemacht habe ich sehe ich mein Gegner er war oben ja wenn er in dir ist oder hinter dir dann ist es so ist jetzt bin ich bei A jetzt machen wir mal Markus kommst du zu A ich bin da Gold ich habe 121 Geld ich habe 340 oder 1000 was kann mit dem Geld machen Prozent wachkaufen zu verkaufen alles ach so dumm ich habe es kein XP sondern Prozent Kost alles um Geld spiegelt ich bin ich hier die Spiegel ist das ist für mich auch nicht es ist auch nicht mehr abhängig Katz oder wird größt haben kann es kaufen das ist ja gut dabei wenn es um wenn es hier um Pech Geld geht also ich momentan noch und nicht um Pech Geld aber wenn die es um Geld machen jetzt auch nicht so ist er er kann bitte mit spüren das versteht die Spiele auskommt am neunzehnten jetzt kommt es raus alle drei drei weil er hat sich zählen aber das wohl verschoben wenn sie so zum Glück eigentlich wenn ich habe ich kann man mit dem ich kann mir gehen mit mehr als zwei Minuten Gameplay zeigt super 06 also habt mit Leid ich bin es das erste Mal wieder bei Battlefield das ist ja nicht mehr BF3 gemacht eben das haben wir abgesetzt hast du abgesetzt nicht wir für Warframe haben wir es abgesetzt BF3 äh ne für hier wo es im General ist hier wo es im General ist ja aber das soll jetzt auch ein neues Update rausgekommen sein das soll jetzt viel besser sein als vorher haha wie letztes Mal aus oder? ja gut das Spiel kannst du nur äh das ist alles das beste Spiel du kannst das kannst du vergessen kannst du jedes Spiel vergessen das ist äh hier ist ein General ist bestes Spiel mit dabei das Auto haupt 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 ne der hat mich abgeschossen so oh da hat ein Schrotz deswegen Papa Schlumpf ich hab ein Kill gemacht mann Markus haben Kill gemacht haupt ja ich bin auch völlig schlecht ne ich hab minus 8 mies eigentlich hab ich öfters ne positiver aber ne ich bin mal froh wenn ich mal laufen kann ohne zu sterben haupt was haben die für Damage Schirmer echt schickst kann das mega Ping sein? ne ich was hab ich denn für Ping? 65? Alter ich hab die Betel 4 Beta versucht zu spielen die ging ja gar nicht da und die Gäste aber ein einwandfrei hier also das hätte ich 30 jahre haupt 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 ja eben du bist hier Battlefield Spezialist ja ich bin Planet Sight Spezialist und Planet Sight Spezialist und Planet Sight Spezialist ja auch nicht ne mehr kann man auch nix hier ist Channels alle oh man 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 mehr kann's mir auch nix außer aus wir müssen einfach so ne meines so ne Stunde Aufnahme machen mit hier ist Channels alle Stunden höchstens Channels spielen ein am Stück eine Stunde am Stück ist das Wahnsinn so wir haben nur wagen egal das Spiel ist ach normal halt wenn wir jede Aufnahme gewagt haben wir haben uns eh nur die ganze Zeit beleidigt die Scheiße nein 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 nicht sterben nicht sterben wo ist er denn ich seh nicht bis da die sind da hier weg und jetzt sind sie hinter mir ach man schwacker hat er mich umgegangen aber es geht schon wieder Helikopter ja aber es gibt nur ein Heli und keine Panzer und so und LV ist noch als Michael ja gut das ist ja jetzt ja auch Ding äh a erstens erstmal die Beta und b äh ist es ja Polizei gegen Theo ja das ist erst das und es kommt auch keine Panzer und so es kommt nur ein Heli und diese Fahrzeuge die es jetzt schon gibt das ist das Polizeiauto finde ich cool ja das wird bleiben hundertprozentig das ist richtig zügig ab man schieb ab 3 2 3 ja komo ach man oder andere Klasse die Kripp also ich glaube die Leute haben langweil das Spiel gibt es erst einen Tag und ich krieg so auf die Fresse als wir nicht ja manchmal gehe ich auch voll auf die Fresse manchmal räum ich einfach ab so jetzt meine Lieblingsklasse und welche Lieblingsklasse ja Sniper ja Sniper bin ich auch voll gut ich hab ne 24 zu 10 gehabt und tot ins Haus rein und da brauchst du gar nicht spawnen alter ja ich hab grad gemerkt da bist du gespawn kills Pisser alter dieser Sturm ne ja das finde ich aber richtig cool irgendwie das jetzt ein Sturm ist ist schon geil aber Fernkampf kannst du einfach nichts machen du bist einfach nichts jetzt hab ich ihn ich hab ihn gehabt ach komm meine alle wir diesen ey ich hab einen Minus 7 naja was ist da los wo ist er hin scheiße hinter mir AK 47 aber es ist auf jeden Fall jetzt ziemlich schnelles Spiel ja es ist sehr schnell also ich hab jetzt innerhalb wir haben jetzt neun Minuten und ich hab schon 12 tot und 2 gekillt zweck ist schon geil ja ich bin pur und so wir haben scheißteam auch also müssen wir sagen wir haben auch scheißteam mal wieder ich hab immer nur scheißteams das ist echt krass ich fliehe einfach immer fast fuck was sind das was sind das Mauer macht die Miene nix war das keine Miene was weil da kommt ja die Treppe hoch und ich guck ihm zu alter alter wie oft ich verrecke ich verrecke auch die ganze Zeit was auch immer ey weil die gut geht ne muss man sagen was hat mich da jetzt schon wieder erwischt aber schlug ich bin im Haus im Krieg der Metsch das gab uns was die Gaskern hatte das Gas was ich hätte es gibt auch noch ich glaube wir haben ja Tickets haben wir verloren na scheiß jemand dann ich glaube das Dingle ja ja Level 1 Level 2 Level 30 Markus ist Platz 6 gewesen ich war Platz 23 ich glaube ich so schlecht war ne 16 23 ja gut ich bin ja auch erst nach dir gejoint ja ja also ich finde wir machen noch ein bisschen von der nächsten Runde 15 Minuten folgen die kriege ich heute noch durch und dann würde ich sagen aber es ist gar nicht mal so schlecht das Spiel echt geil ich würde es gar nicht bis jetzt wird es nicht schlecht also ich habe es auf der Gamescom schon gemocht gerade das mit dem ähm ähm äh genau das mit dem M äh das mit dem Personen also Polizisten Gefangene Kriminelle Kriminelle ja Kriminelle äh weil es mal nicht Soldatenkämpfe sind dann so JT Shooter Dankeschön du bist ein Glückscheißer ja sorry und die Grafik also ich guck grad meinen Fahrer an das ist richtig Puremium gut das Lenkrad und wir das Lenkrad hält sie ein bisschen scheiße aus die Armaturen sind auch ein bisschen sehr sporadisch gehalten aber der Typ muss auch sagen ist der Spetter das sieht jetzt schon geil aus ja die Typen die Texturen von den Personen und die Sitztexturen die gefallen mir aber von der Armaturebrett und so das ist scheiße ja ist aber an dem Sachen bin ich dass du da achtest und nicht mit einem Kampf drauf oh ich habe eine Schotze ja ja jawoll erster Kill oder so oder so oder so jawoll ich hab Kill man Alter ich hab Kill du ist da alle boom geht das Motherfucker down jetzt hat er mich aber gehabt fuck the police ACAB und so ne ne nix so nix so nix so also Gangster musst du so denken ja ah Krabbelkill man Pisser nix so nix so da hinten pass auf ne schau in die Decke ja ja schon klar schon klar sagt jetzt kommt für dich lieben die Tüte die Tüte überwacht die Tür auf die Kommen wo war da wurde tot ist da rechts das habe ich habe ihn ab und ab und ab ich kann aber ihr Leben aber ich würde beschossen du kannst du musst die dass wir wieder im liebsten kauf ja ja klar das ist ein scheiß mal wieder letztes bot mitglied ich ich lebe noch ihr könnt bei mir spawn ja überlebt man noch da bist du na wo es da ist einer da ist einer da ist einer hab ihn hab ihn hab ihn nimm meine klasse nein dann kann es mich wieder überlebt machen aber der spawn immer hier ja kommt bisher eh gleich wieder da er hat das sei die wacke also die grafik ist ja wirklich so bis zum prämen so das ist schön das wird aus der die dauerung drückt aber auch der treppe ist einer und ich bin tot natürlich war 51 ist weg ich weiß nicht vielleicht druck rausgeglitscht oder so irgendwas wo bist du markus markus bekomme ich mein team ja wo bist du da ja hab ich habe gerade gemerkt da bist du noch da sind eine von uns der heli ist dauernde kannst mit normalen lassen hat zu dem der menschlich er hat ja gut ist ein sie keine nur raketenwerfer ja pick-up raketenwerfer gibt es nur herr picket die karte kann aber wir gehen zu dem wir gehen zu dir komm 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 ja ich komme wo verkehrt ist es hat aber beleidigt mich noch ein bisschen erschießt nicht hier es geht man habe ich gesagt nein du hast gesagt ich soll nicht kämpfen soll mich bewegen die frau die stücke es kannst du ja ich habe gehört wir haben gesehen auch noch aber hat mich wieder getroffen wie granate die kommt zurück ich stehe immer nach oben ich denke schon ja da haben wir das noch an das noch welche zum stricken der dom sitzen da irgendwo ja ich wollte ich mal durch der rennen draußen rum der ist draußen danke ja schon wieder ja ich habe geholt aber ich kann ich nicht mehr holen ich bin nicht tot ich habe geholt den typen aber ich kann nicht an dem ist zu viele da kommen schnell wie möglich ja zu spät ja ich konnte noch einen rufen ja gut dann gehen wir zu c kappa in der kappa herr ist ja das ding der ist eben gut gewesen ist 1000 also da war für Prozent erster er ist das zweite fässer explodieren vermutlich drauf schießen was soll ich bin ich bin auch da Katze geöffnet ja sie explodieren und alter guck mal das Ding und ich weiß schon das ist Tonne zum Bunker unten drunter weiß ich schon das auch einnehmen und so aber dann wie geil ist das denn also kannst du die Fenster ausschießen um die Hälfte kannst alles was alles zumindest äh gewissb oder ja weißt du wie lange die Bilder läuft 8 8 Februar läuft sie gut um dann würde ich sagen wir haben noch zwei Minuten und dann haben unsere Zuschauer schon ein bisschen Gameplay gesehen genau ich kann ja einen eigenen Eindruck UAH FUCK ACHTUNG ich nehm hier so ACHTUNG hier so ACHTUNG hier so die Straße ja wohl aber ich mag die Shotgun jetzt schon ja Shotgun ist immer ok weil Boah fuck Ballyfields ja ne aber da unsere Zuschauer jetzt einen kleinen Eindruck bekommen haben und ich denke wenn das noch bis zum achten läuft werden wir hier auch ein bisschen noch ein bisschen mehr machen ja Freude wenn wir das ähm E oder ne bis dahinten ja zu D wow ja oh es hat mich der Heddy abgeschlachtet es ist bitter ja der Heddy ist auf meinem Kopf gelandet Sven hat mich auch schon mal gekillt als Teammitglied da hat er die Decke einsetzt und lasst du mir Pisse bei Hotwire Modus war aber unabsichtlich ja kannst du war aber unabsichtlich aber naja passiert ah ne fuck Mine ja du kannst es zerstören die explodieren nicht ach so doch ich bin durchgelaufen ja ok dann bist du tot ich hab nur ich hab mich gewundert warum da plötzlich so rote Linien sind das sind Mine grüne Linien sind Freunde da kannst du durchlaufen rote bist du tot wir haben D wir haben das geben zu B darf Sniper noch einer oh ja der hat mich weg geholt oh der ist auf dem Berg hinter uns sag ich doch gell der ist auf dem Berg gehoben ja Pissei da kommt schon einer hoch ich seh ja man hat mich wieder angesnipet der hockt direkt an der Grenze ja Pissei da sind mehrere einen hab ich what ja ich bin tot fuck ich konnte jetzt hier das Spiel achte da die Düse überlebt echt sagst du ja ja achso bis dahin ja scheiße da war zu weit weg jetzt ist mein Spiel abgekackt gut ähm da es jetzt abgekackt ist und ich würde sagen dann wir enden wir auch hier mit der Aufnahme des ersten Gameplay Videos von Battlefield Hardline mit ja mit dir und ich hoffe es hat euch gefallen und schaltet rein ich glaube es kommen noch mehr Folgen davon bis dahin tschöööö